Ein herkömmlicher Einbruch dauert niemals länger als fünf Minuten. So, da muss man jetzt einfach nur drauf. Und man ist in der ersten Etage. Hat gedauert eine halbe Minute. Ui! Jackpot. Da. Hier ist die Beute. Das ist natürlich fatal. Bitte woanders verstecken, weil das kann ganz böse Folgen haben. Das sieht aus, als wenn der Jäger ist. Also muss es auch nur Waffe im Haus geben. Das macht sie wieder interessanter. Also an dieser Stelle muss ich sagen, hat der Betreiber nicht aufgepasst, weil das gehört auf jeden Fall seinen Kindern. Und dann tut es wieder weh. So, jetzt ist hier Bargeld. Da liegen 200 Euro, würde ich sagen. Und ein Hinweis darauf, dass es Waffen gibt. Ich gucke weiter. Ich bleibe mal raus, ich gehe nicht raus. Wir freuen uns auf Anonymatisch zu! Wir freuen uns auf.